Ich lasse mich von einem Nutzer abnehmen. Ja, ja. Jetzt ein Hit noch. Komm, was? Nein. Hast du ihn? Nein, ich hab ihn, ich hab ihn. Heyo Leute, heute zu meiner 6000 Karma Aufnahme. Ist was besonderes für mich, weil 6000 Karma ist nice einfach nur. Und darum habe ich mir heute jemanden eingeladen, und zwar den Gameshift.de. Der hat nämlich heute seine 3000 Karma Runde. Heyo. Heyo. Und ich freue mich auch hier dabei zu sein. Das ist mein erstes Mal bei einem anderen YouTuber. Und ich werde das natürlich auch aufnehmen. Ja. Okay, willst du dich mal so ein bisschen vorstellen? Natürlich. Ich bin der Gameshift.de, aka Julian. Wie es euch gefällt, könnt ihr euch mich halt nennen. Ähm, mach halt auch Minecraft-Videos und bin relativ neu auf YouTube. Ja. Und hab fast meine 3000 Karma. Und an meinen Zuschauern, ich muss mich nochmal entschuldigen, dass kein PvP Friday rauskam, denn ich war krank und ich glaube, ich wollte nicht mich krank hören und so. Das war alles Kacke. Auch richtig schlecht gespielt und... Kann man alles machen. Ist halt manchmal so. Das ist manchmal auch. Manchmal ist es so schrecklich, wenn ich was aufnehmen will, Gun-Game oder irgend sowas, scheißrunden, und wenn ich dann mit einem Freund danach die Runde zocke, dann gewinne ich das Spiel. Das ist so. Naja. Muss ich nicht nennen. Soll ich mich für dich diesen vorstellen, für deine Zuschauer? Natürlich. Okay, also ich bin der Leo, Aldias, äh, Tobias, und ich mach gleich mal Mafia, ganz kurz. So. Na, geht nicht, schade. Egal. Und, ähm, ich bin schon relativ lange auf YouTube, jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre, und, äh, hab angefangen mit Need for Speed Videos und mach jetzt Minecraft Need for Speed und auch ein bisschen Shooter. Und hab im Moment fast 100 Abos. Ja. Ja, so ein richtig alter Hase im YouTube-Geschäft. Ja, ich kann noch, ich kenn noch zwei YouTube-Designs vorher, also noch ein bisschen länger her. Ja, ich kannte, ich kannte ja noch das alte, ich hatte davor einen anderen Kanal, äh, der hieß Gameshift, äh, nicht Gameshift, was lauere ich da, ähm, die Mega Play One, aber das war so kacke, ich hab mir das alles versaut, und wo bist du? Ähm, ich renn grad Richtung Tester, weil ich hoffe, ich werde, ne, ich bin Miner. Ah, schade. Ich bin auch Miner. Miner und man soll 30k mal in der Runde machen, das ist so. Ich muss, äh, 20. Ich muss 30 machen, das war, wenn nicht hängen wir von der Runde hinten dran, ist ja kein Problem. Weißt du, wie lange gest... äh, ich kann heute echt nicht sprechen. Ich, ähm, ich hab bestimmt, äh, über eine Stunde oder so gebraucht, um 20 Karma zu bekommen. Ja, ja, das ist... Weil ich ganze Zeit Miner wurde und immer wurde ich gleich getötet. Das ist ein Problem, das ist mir heute auch passiert. Ich wollte wirklich... ich hab Tage... äh, meine ersten beiden Tagen, da hab ich... an zwei Vormittagen bin ich von 100 auf 5400 hochgegangen. Und dann heute, als ich dann einfach nur bis zu 590 gehen wollte, hat's irgendwie zwei Stunden gebraucht, bis ich ein bisschen vorankam. Das ist einfach nur... boah. Lol, Alter, die lassen mich nicht hier an diesen Knopf. Mhm. Los. Weil ich schon lustig finde, vor zwei Stunden hat ein YouTuber sein Skinpack veröffentlicht und hier sehe ich schon jemanden mit einem Skin aus dem Skinpack. Ja, ich weiß, ich kenne den Namen. Ist ja awesome, oder? Äh, nein. Ja, ich bin drin. Nein. Ich meinte, äh, Dwar. Achso. Eigentlich, ja. Weil, ähm, in letzter Zeit, ähm, war dieser YouTuber halt auf dem Server und der hat immer geschrieben, wer will mein Beta Skinpack testen. Und deswegen dachte ich, der hat's jetzt Rudings. Ja, da muss ich auch was sagen, gell. Ist ja auch so, wenn du's guckst, du sollst mir Pepsi Like mal sagen, er soll duschen gehen. Äh, ich kenne den nicht. Also, Pepsi Like hab ich hier, ähm, schon mal auf dem Server gesehen, aber ich, ich kenne die nicht. Hm, guck hier, das hier. Dwarf Skin, der hier. Ungespielt Mischung. Ja, mit diesem. War nämlich so, äh, Sir Awesome hat gesagt, Pepsi Like soll duschen gehen und Pepsi Like war bis heute nicht duschen. Das ist schrecklich so. Hallo. Hallo. Du beängst, du beängst hier. Geh weg. Ich hab Angst. Ich werfe einen Schadenszwang. Ich hab keine Angst davor. Ich mag dich aber. WTF, geh weg von mir. Ich hab dich ganz erliebt. Aaaaaah. Gut, ich hab's beschossen. Aaaaaah. Geh testen oben. Verpiss dich in den Tester, Junge. Ich will den jetzt nicht klären. Ja, super, jetzt nicht mal testen. Ich muss mal kurz mich stumm stetten. Das war jetzt, hab ich es nicht gemerkt gerade. Also, stumm stimmst. Oh. Oh. Das war sehr unauffällig, äh. Oh, oh, ich werde abgeschossen. Oh. Nein, nein, der schießt diesen. Oh, lol. Ich hab zwei Herzl. Zwei Herzl. Rennen in den Tester. Maaah. Lol, hier töten sich alle Leute gegenseitig. What the fuck, lag? Leute, das Schmeine, das Schmeine, das Böse. Das will ich töten. Ich hasse Schweine. Schmeine, ich hasse dich. Ich teste. Okay, halt. Na, da halt nicht. Also, wie viel sind wir? Hast du einen Heiltrank? Ich hab einen Heiltrank. Äh, ne, ich hab nur einen Schadensdrank. Den könnte ich jetzt zum Beispiel auf dich werfen. Komm her. Nein. Komm her. What the fuck? Wer war das? Der hier, der hier, der hier. Nein. Nein. Hab ihn. Nice, 6000. Moa, boom, yeah. 6000. Ich würde dann sagen, nice. So, für mich machen wir einen kleinen Cut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mach die Runde noch hinten dran. Wenn du eine Runde noch machen musst, dann bin ich so fair. Mach noch eine hinten dran. Yo, und damit sind wir wieder zurück. Und für euch sind, keine Ahnung, Millisekunden vergangen für uns ein paar Sekunden. Und immer noch dabei ist der Leo. Hey. Nimmst du immer noch auf? Ja, ich nimm immer noch auf. Ich nimm immer noch auf. So. Es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel jetzt wieder von 6000 runtergehe. Ich hoffe, ich kicke jetzt nicht ein Premium. Wie letztens. 60 Sekunden, naja. Ich glaube, die Stelle werde ich sogar vor dem Intro setzen. Das mit dem Premium. Wäre lustig. Aber ich habe die Datei schon wieder gelöscht. Naja, festplatte und so. Ich laufe die hinterher. What the fuck? Nein, verpiss dich. Was ist das Problem, wenn der... Fast an. Hm? Ich bin fast an. Aha. Was ist das Problem, wenn der... What the fuck? Ich hoffe zu springen. Ich habe einfach ohne Grund aufgehört zu springen. Keine Ahnung. Da habe ich das behindert, wenn der beste Freund die riesige 4TB-Festplatte hat. Und man kann nicht so gut aufnehmen. Hm. Naja. Also ich brauche keine Sorgen haben. Der eine Laptop, der ist... Kompl... Komplett leer. Und der andere ist noch zur Elfter. Ja, okay. Ich habe ja bei mir drin eine 2TB-Festplatte geteilt. Ja. In 1,6 und halt den Rest. Und noch eine 4TB-Externe, wo ich eigentlich drauf aufnehme. Aber die habe ich halt jetzt nicht. LOL, Holzschwert. Stein. Ich habe Stein. Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Ja, Eisen. Kannst du das Stein geben? Natürlich, natürlich. Nice, nice. Ich bin mir gerade vorm Tester. Okay. Achso, du bist zu weit entfernt. Dann komme ich natürlich auch zu dir. Ist kein Problem. Ich erscheine. Ich erscheine schon. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Komm her. Ja, ganz schnell. Der Stoff. Ja, ich habe meinen Stoff. So. Werner. Julian. Kommst du mit nach hinten? Ja, okay. Guck mal. Einsaug. Oh, jetzt bin ich high. Jetzt muss ich mit After Effects hier so eine Schwabbel-Animation einfügen. Oh, nein. Oh, nein. Meiner. Geil. Na, egal. Na, egal. Das Kommissar kann man auch relativ viele Kills machen, weil man es merkt. Du hast Eisenschwert. Wenn dich einer töten möchte, dann kannst du ihn normalerweise mit ein paar Skills leichter töten. LOL, lag, lag, lag. Schade, dass... LOL, du hast dich gerade teleportiert. Ja, du auch. LOL, LOL, LOL. Ich will jetzt nicht falsch eingreifen. LOL, der schlägt mich. Der wollte mich schlagen, der Penner. Und? LOL. Ich habe den nicht gekillt. Ja, der hat den mit dem Bogen gekillt. Ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert für dich. Oh, ja, 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 ja. Besserer Stoff. Besserer Stoff. Mh, guter Stoff. Ey, das ist benutzt. Mh, das ist auch benutzt. Ey, das sieht in meinem Texture Pack aus, als hätte ich jetzt einen benutzten weißen Penis in der Hand. Ja. So sieht das Schwert aus. Ich benutze das Default. Keine Ahnung wieso. Ich finde es irgendwie cool. Ich benutze Janina Craft, weil ich habe das schon immer gehabt. Und das war mein allererstes Texture Pack. Oh, wie schön. So, also, ähm. Wer ist denn jetzt nicht hier? Basti, glaube ich, oder? Ähm. Hier sind sehr viele Leute nicht da. Wollen wir auf Suche gehen? Ja, können wir machen. Okay. Hast du denn Rescue Pack mit? Da oben sneakt einer. Da oben sneakt einer. Da kämpfen gerade noch bei vielen. LOL. Ha, okay. Äh, was hat, weißt du noch, was ich gesagt hatte wegen, äh, wie der Karma verlieren und so? Hm, keine Ahnung. Der Typ da oben hatte einen Herz, ich habe ihn abgeschossen und er war tot. Und er war meiner. Ich habe, ich bin wieder unter 6.000. Ja, okay. Dann können wir ja beide eine, tausend Erfolge wieder erbringen. Find ich schön. Oh scheiße, der tippst nicht drum. Ey, dieser, dieser, dieser Fire-Tür, der, der macht mich irgendwie aggressiv. LOL, was wollte ich gerade eingeben? Fire-Tab-Test. Ich verfolge den. Ist runtergefallen? Ich drücke einfach immer auf, ich gebe einfach Fire ein, drücke dann Tab, dann schreibe ich Test hinten dran. Es geht viel schneller. LOL, es ist ein Lag. Nee, der bleibt stehen. Jeder bleibt stehen, zwar ein Lag. Der läuft die richtigen Tester. Ich gehe ja schon, okay. Nee, er geht nicht. Oh mein Gott. So ein Penner. Er geht nicht, er ist Traitor. Auf ihn. Nein. Nein. Hm? Nein. Oh komm schon. Ich lass mich von so einer Nutze abhängen. Was ist denn das? Sag nicht, ich lass mich von einer Nutze abhängen. Ja, ja. Jetzt, ein Hit noch, komm. Nein. Hast du ihn? Nein, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Schreib mal kurz, Leo ist inno, bitte. 6000 wieder, nice. Hast du einen Bogen? Nein. Komm. Komm mit. Ich hätte es, als sie es doch nicht glauben. Ich sag, ich darf nicht so viele Leute töten, das ist, äh. Ah, das Skillix war noch gar nicht wieder, war man nur... Nein, das Skillix war. Deo-Test. Bist du behindert, was? Die halt deinem Maul. Was? Was? Das, geh mal. Ja, ich geh, aber Basti, halt dein Maul. Basti, wenn du es hieß. I hate you. I hate you. So, Mann. Das ist... Das ist ein Zuschauer, oder? Hä, warte mal, warum steht hier ein Deck im Test? Oh. Hä? Dieser Phantom war gerade im Test und der ist detektiv hinter dir. Gewohnt, nice. Ist der wie dumm? Ja, ich bin ja. 3000, wow! Oh, meine Stimme. Applaus. 3000 Applaus, Applaus. Wie viel hast du jetzt noch? Ich hab jetzt genommen wieder 6000. Nice. Das ist doch gut. Perfekt, perfekt. Und, ähm, Server startet neu. Ja, ja. So, jetzt können wir uns leider nicht sehen. Ich würde sagen, gehen wir noch in diesen Community-Server. Können wir machen. Ähm, was hat Schlusswort? Leute, wie komm ich hier raus? Ich disconnecte immer. Äh, Slash Lobby geht auch nicht. Okay. Das ist komisch. Die sollte vielleicht mal so was einwohnen, dass man aus den Server wieder rauskommt. Also, dies. So, ich bin Community-Server. Ähm, hier. Lol. Schön Platz aus, Flam. Hey. Okay. Snogs. Ich muss sagen, es war eine sehr schöne Runde. Es war vor allem epic. Hier, das ist eine Rühle oder so. Lol. Das Lustige war vor allem, dass wir zwischendurch ja die Tausender schon hatten. Aber dann halt immer wieder irgendjemand getötet haben und weißt, was... Oh, ich hatte die noch nicht. Ja, okay, da hatte ich die halt. Stellst du dich an die Glasfone? Ja. So. Peace out. Yo. Peace out, Leute. Nein, egal. Ähm, das war die Runde und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst ein Abo und einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn halt nicht, dann halt einen Daumen runter. Was denn sonst? Ähm, äh, willst du noch was sagen? Äh, ja, eigentlich könnte ich noch was sagen. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir so aufzunehmen. Und, ähm... Na egal. Dann an meine Zuschauer, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann.